Wie das meinte ich? Ich darf nicht mitfahren, da habe ich mir das von dir gedacht. Ich trau es mir an, ey. Ich meinte, der ist seit drei Tagen. Gibt es dir das in Ordnung? Ähm, ey. Wie bist du da? Ja, das ist mein, äh... Man merkt sich doch, wenn du mit dem Bauch... Unbewohnt. Ach so, ich bin Ball. Ich muss die Stหwzo porque, wenn dich Di wallstufling hättest du in Don AG zu. Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.